ja damit sage ich wieder hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge crusader kings 3 und wir haben ja beim letzten mal hier rotenburg erobert damit unsere vier thronfolger versorgt sind und jeder was zu erben hat und jetzt müssen wir heute mal schauen inwieweit wir hier noch bessere ausgangspositionen schaffen können oder ob wir einfach warten müssen bis unser graf sich von dieser welt verabschiedet und uns dann auf den erben konzentrieren ich kann momentan selber leider nicht allzu viel machen ich könnte mich zwar in die kriege einmischen die hier gerade aktuell umliegend toben also wir haben hier das königreich von bayern das hier gerade gegen den ebert von italien einen krieg führt da könnten wir uns einmischen der ist jetzt 30 prozent vorne ist truppen mäßig aktuell leicht unterlegen das könnten wir zu seinen gunsten ändern ich glaube wenn wir da aktuell mitmischen würden dann könnten wir den krieg sogar zu einem positiven ende bewegen die frage ist nur bringt uns das irgendwas weil eigentlich wollen wir ja dass sich das reich jetzt erschlägt damit wir uns hier noch weiter aus dienen können die andere frage ist was passiert hier mit ostfranken darauf haben wir einen anspruch der befindet sich zurzeit auch in diversen kriegen noch einmal auch gegen italien dann hat er hier aber schon wachenstillstand geschlossen der oberhäuptling macht hier noch irgendwelche überfälle das will uns jetzt hier gerade auch nicht wirklich so gefallen ansprüche ist natürlich toll man müsste den verheiraten können das wäre ja mal was cooles allerdings wird er wahrscheinlich materiell aus nicht zustimmen und ja dann haben wir hier noch den notringer der ja auch in diverse kriege verwickelt ist und eigentlich möchte ich mich bei näherer betrachtung da fürs erste eigentlich gar nicht einmischen deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal auf unser reich und zwar gesundheitsmäßig schaut hier eigentlich so noch ganz gut aus unsere frau steht auch noch im saft und ist soweit gott sei dank na doch nicht geplagt ist sie aber das soll uns jetzt erst einmal nicht stören was ich allerdings machen werde das habe ich mir für dieses mal vorgenommen wir haben ja unseren verbündeten verloren weil der verstorben ist und deswegen werden wir jetzt hier mal gucken was wir hier noch so im angebot haben da waren nämlich die ein oder andere geschichte wo wir hier vielleicht noch was unternehmen können so wir haben ja einmal den arnulf den könnten wir eine heirat arrangieren und im idealfall bringt uns das bündnis sieht allerdings aktuell nicht so aus deswegen wäre es vielleicht trautsam ihm vielleicht etwas zu besorgen was von den werten ganz gut ausschaut das ist ein anderer glaube das ist jetzt nicht ganz so schön vielleicht etwas gebildetes das schaut doch gar nicht so schlecht aus da schauen wir doch mal ob man eben die gute frau nicht aufs auge drückt können dann haben wir noch den hermann der ist soweit mit der aliberga glücklich den bischof den kriegen man in diesem lieben nicht mehr schlau da warten wir jetzt einfach bis der das zeitlich segnet der ist ja schon alt genug und hoffen dass dann was besseres nachkommt dann haben wir noch eine tochter der ist auch schon so dann hätten wir hier noch einen enkel wie schaut es denn da aus wir bräuchten tatsächlich irgendwas die ist jetzt mal leider ein bisschen alt irgendwas in seinem alter mehr da fein gut ist leider auch erst 8 da können wir leider gar nichts machen die mit 31 hilft uns aktuell nicht weiter zum ritter allen ist eigentlich auch eher schlecht da haben wir unseren sohn der hilft uns aktuell auch noch nichts das ist alles noch nicht so wirklich das was ich mir vorstelle gut dann werden wir jetzt hier erst einmal die zeit weiter laufen lassen und mal gucken was hier so noch passiert der höfling arnulf und die ernest gehen auf jeden fall den bund der ehe ein das ist schon mal gut damit könnte der auf jeden fall sich glücklich wehnen und ich glaube ich werde jetzt trotzdem mal noch des glaubens oberhaupt um geld bitten weil 100 gold sind 100 gold und die frömmigkeit glaube ich kann man aktuell ganz gut gebrauchen so dann haben wir jetzt hier das beeinflussungs kompott kompott mit ganz gut überstanden wir gucken jetzt haben wir gerade noch in den rad ob wir hier vielleicht noch irgendwas tun sollten oder an den hof die dora da stehen wir jetzt gerade nicht ganz so gut da ansonsten sind die leute eigentlich ganz zufrieden mit uns da schauen wir doch mal ob wir die gute nicht in irgendeiner art und weise von uns überzeugen können so ansonsten die zeit läuft in der zwischenzeit erstmal weiter ich würde eigentlich nach wie vor immer noch gerne so wenn wir den lehnsherrn beseitigen würden das ist alles nix das ist soweit alles nix wir können tatsächlich aktuell nur hergehen und jetzt erstmal die zeit hier aussitzen hoffen dass nix zu schlimmes passiert oder wo ist er denn ist es nicht das sind die römer ja der hat aber 1800 da will ich eigentlich jetzt aktuell gar nichts mehr zu tun haben zumal mich aktuell bei reuth auch nicht wirklich interessiert weil das leider nicht wirklich zu meinem einflussgebiet gehört deswegen wenn wir jetzt hier erstmal das ganze aussitzen und abwarten gucken ob sich vielleicht in der umgebung noch irgendwo was tut was wir zu unseren gunsten ausnutzen können interessant wäre natürlich ich weiß es nicht ich weiß es nicht es wäre natürlich schon fein wenn wir jetzt hier plötzlich den anspruch auf bayern hätten können wir da nicht irgendwie können wir in dem krieg erklären indem wir uns ummerken ne das ist eher schlecht das macht man dann doch nicht da haben wir auch nicht genug frömmigkeit und der wird auch hier soweit nicht annehmen wir haben ne das ist alles nicht schön wir haben unsere bollwerke schutzmauern und so weiter im passer fertig das wiederum ist sehr schön das gefällt mir ganz gut das gefällt mir ganz gut ja da wollten wir drauf das erhöht hier nämlich nochmal die einnahmen um ein stück und wird uns auch noch ein paar extra truppen bringen so jetzt haben wir die dora erfolgreich beeinflusst wir werden auch dieses komplott erstmal aufgeben und schauen wir mal ob wir hier vielleicht bei unserem ehepartner noch irgendetwas erreichen können das könnte uns zumindest noch ein bisschen extra prestige einbringen was ja auch nicht schaden kann falls wir vielleicht doch noch den ein oder anderen krieg in zukunft führen wollen was im alter von adipo natürlich nicht ganz einfach ist aber man muss ja für alle eventualitäten gerüstet sein die zeit ist gekommen offen zu meinen gefühlen gräfin margarete gegenüber zu stehen ich möchte dass sie sich den rest ihres lebens an diesen tag erinnert so jetzt gucken wir mal worauf die gute stehen könnte wir schreiben doch mal ein liebesgedicht die kerze ist fast abgebrannt als ich mein gedicht vollende bevor ich es abschicke lese ich es mir noch einmal durch eure liebe ist wie die sterne am firmament ich wünsche mir nur an eurer seite zu sein damit ich endlich erfahre wie warm eure umarmung ist wir beide für immer vereint das warten ist unerträglich beim gedanken eine zurückweisung wird mir flau im magen als ihre antwort endlich kommt breche ich das siegel mit zitternden händen obschon ich euch nicht ermutigen kann danke ich euch doch für eure gütigen worte hochachtungsvoll margarete wird meinem charme schon bald erliegen ja schauen wir mal ob das soweit klappt das wäre doch vielleicht mal ganz praktisch wenn wir hier noch ein bisschen extra prestig absahnen können vielleicht wären wir dann zu liebzeit von aribo sogar noch illustrer italien sie hat den krieg gewonnen damit sind wir dann auch den italiener hier in unseren landen wieder los und wir machen mit der werbung weiter liebste fürstin margarete seufze ich als ich vor ihr knie mein einziger wunsch ist es euch ehre und glücksichtig glückseligkeit zu bringen so sagt mir doch bitte wie kann ich euch meine liebe beweisen margarete schaut mich lange an die als kette von fürstin willi birg ist ein traum sagt sie mit einem kopfnicken in richtung des schmuckstücks das meine wassalin bürgermeisterin willi birg trägt doch an meinem hals würde sie noch besser aussehen wir können für 20 gold eine identische als kette anfertigen lassen wir könnten uns in die hände von willi birg geben das finde ich nun gar nicht gut wir können die als kitty stehlen aber mit unserem karl stopp das sind wir nicht mit unserem link gespielt wird naja ich weiß nicht wie schaut es denn dabei aus ne 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 geht allerdings so oder so wir geben jetzt mal die 20 gold aus das soll es uns jetzt erstmal wert sein schau mal ob es sich dann im endeffekt lohnt aber ein versuch macht klug wie es so schön heißt so jetzt pass auf jetzt haben wir hier kätzerei die interchristen in moray oberhäuptling malach aus moray hat der welt verkündet dass er seine wassalen zum inselchristlichen glauben konvertiert sind was machen die denn das inselchristentum das sich vor jahrhunderten aufgrund seiner abgeschiedenheit von der römisch katholischen orthodoxie fortentwickelt er hat auf beharrliches drängen seiner ursprungskirche inzwischen wieder viele jene eigenschaften verloren die es eins zu einzigartig machen es legt aber nach wie vor einen großen schwerpunkt auf Buse und Mönigstum und integriert viele traditionelle Heiratsriebe der Kelten die weiten teile des christentums fremd sind ja in anbetracht unsere absichten ihr ein königreich zu erobern das durch und durch katholisches und werden wir uns jetzt hier mal nicht der kätzerei hingeben aber wir lassen sie natürlich machen wenn es sie glücklich macht da habe ich jetzt gerade kein problem damit sollen sie sollen sie ok und jetzt geht es langsam los mit dem siegtum und wir haben die eigenschaft krank erhalten ob graf oder bauer hochwohl geboren oder gemein all das spielt keine rolle am ende sind wir doch alle sterblich daran wurde ich erinnert als ich in den frühen morgenstunden hustet erwachte und mir ein dumpfer schmerz in kopf und kiele pochte er scheint ein wenig unpässlich zu sein mein fürst ich kenne eine ganze reihe von passenden mittelchen da werden wir jetzt aber nichts riskieren weil so ein zwei jährchen wäre doch nicht schlechter mehr noch leben würden hermann führte meine leiden auf eine ungesunde ernährung zurück um meinen körper neue kraft zu geben bestand er darauf dass ich eine woche nur rohes gemüse und kräutertee zu mir nehme damit ich gar nicht erst in versuchung geführt werden konnte hatte er auch noch meine süßigkeiten beschlagnahmt und ich habe sie nie zurückbekommen die essensvorschriften stellte sich als genau das heraus was ich brauchte für das erste sind die schlimmsten symptome gelinnert und die welt wirkt ein wenig freundlicher ja hermann saubere arbeit würde ich sagen da geht es uns doch gleich wieder ein bisschen besser und wir können noch ein wenig unsere eigene frau verführen oha oha isanrich wurde ermordet oh gott wie konnte der isanrich das antun wenn ich gesündigt habe warum bestraft ihr dann nicht mich er war bar jeder schuld mein perfekter sohn das leben hatte noch so viel vor mit ihm ja das hat er nicht verdient und da sind wir jetzt tatsächlich etwas angespannt und damit haben wir dann jetzt erstmal tatsächlich ein problem denn jetzt ist tatsächlich unser erbe plötzlich unser enkel das muss ich mir jetzt allerdings in ruhe gedauern und deswegen werden wir jetzt hier erst einmal ein päuschen einlegen das muss ich mir nämlich tatsächlich in ruhe anschauen ob sich daraus jetzt irgendwie hier ganz neue möglichkeiten ergeben den fall hatte ich nämlich tatsächlich noch nicht das ja muss da muss ich mich erst einmal sortieren deswegen machen wir jetzt hier auch an der stelle ein päuschen wir sagen ja gerade noch mal das bündnis ist ausgelaufen weil isanrich nicht mehr verheiratet ist da sollten wir dann auch gucken dass wir der regelinde die ja dann trotz alledem hoffentlich noch bei uns am hof rumlungert lass sie bitte noch bei uns am hof rumlungern regelinde wo steckst du das ist doch schon mal wieder ganz schlecht wo ist ja denn hier der tote sohn da haben wir die regelinde und die befindet sich jetzt hier plötzlich in baden was ich ja gerade gar nicht gut finden kann denn immerhin ist sie die mutter von unserem erben hat aber irgendwie gerade überhaupt kein bock sich an unserem hof aufzuhalten ja das ist schade aber wie gesagt für uns aktuell erst mal primär wichtig ist der erbe das schauen wir uns beim nächsten mal in ruhe an und ich sage an der stelle wie immer danke fürs zuschauen macht's gut bis dann und ciao